ein hallo an die wer der zuhörerschaft willkommen zu meinem let's play von panzer core in der modifikation der andere weg wir befinden uns in der ersten kampagne genauer gesagt in szenario 3 und unsere aufgabe ist es sachsen zu verteidigen der große fluss den hier in der mitte seht das ist die elbe die golden markierte stadt ist das goldene dresden und unsere truppen wir sehen können stehen in etwa an der sächsischen grenze wie sie auch heute noch existiert ein kleines stück schon zurückgedrängt wogegen in den bergen die tschechischen streitkräfte unterwegs sind wenn möglich sollten wir wie gesagt dresden halten ich zugebe mal rein diese stadt sowie meißen verteidigen und auch noch girlitz zurückerobern das bereits in die hände gefallen ist der schwechischen streitkräfte diese aufgabe ist nicht ganz so leicht insbesondere wenn man die beiden anderen szenario denkt die vor uns lagen das erste war ja ein reines naja überlebens rückzugsgefecht das zweite mehr oder weniger eine eroberung ohne auf feinde zu stoßen jetzt haben wir also wirklich das erste mal so richtig mit gegnern zu tun und die sind auch in ordentlicher stärke hier angetreten verfügen über normale infanterie wie ihr sie hier seht sie verfügen über spezielle gebirgsinfanterie die ich jetzt gerade in diesem moment nicht sehen kann die aber auf jeden fall auch in den gebirgen schon da war ich mal kurz gucken nicht dass ich quatsch das sehe das ist alles normale infanterie außerdem haben die tschechische streitkräfte panzer hier sind mehrere zu erkennen aufklärungsfahrzeuge sie haben flach sie haben artillerie in verschiedener stärke packt und so weiter und so fort also es wirklich eine kombinierte streitmacht die uns hier angreift und versucht das unserer stellung zu werfen das gute ist dass es diese stellung gibt und dass wir südlich von chemnitz das ist chemnitz eine ziemlich sichere neuer abwehr riegel stellung errichtet haben die wenn man sie besetzen auf jeden fall dafür sorgen sollte dass wir durchhalten können auch südlich von dresden befinden sich einige befestigungen hier ist es ein bisschen enger denn natürlich drücken die schächen von hier unten also von von ihrem territorium aus direkt nach norden richtung dresden versuchen ja in dieser stellung perna einzunehmen aber das lassen wir natürlich nicht zu wenn möglich wie schon zum anfang des szenarios sagte also vor wie viel videos ist das jetzt hier vier oder fünf videos bin ich ja selbst sagte vielleicht hört man es ab und an mal raus und das ist mir natürlich eine naja selbst gestellte wichtige aufgabe dieses szenario nicht zu verlieren und wenn möglich so zu gewinnen dass es ein besonders guter sieg wird um das zu erreichen müssen wir diese ziele erreichen mit denen ich vorhin sprach um auch noch 1000 prestige übrig behalten hier oben ist unser prestige wir haben momentan 2668 bekommen nichts dazu dürfen also auch nicht unbedingt etwas ausgeben und sollten mit geld das wir benötigen um truppen wieder aufzuführen etwas sparsam sein so genug der vorräte wir hatten im letzten zug ja alle unsere einheiten bereits bewegt deswegen dass wir jetzt einfach mal die schächen zum zug kommen und schauen was dann passiert ach ja ich mach wie immer dieses vergleichsfeld an ist es mal ganz nett wenn man hier drüber fährt und die einheiten werte sehen kann ok und dann los geht es erst eine einheit verloren eine zweite einheit verloren ich hoffe das geht nicht so weiter das wäre ein bisschen ärgerlich hier unten haben sie eine große konzentration von geschützen hat eine plack geschütze auch artillerie geschütze was einiges zusammengestellt worden und natürlich konzentriert man sich wieder seitens der tschechischen luftwaffe auf unsere eigenen flieger bomben aber auch sonst was er alles finden können glücklicherweise nicht ganz so viel erfolg ist dabei beschieden gott sei dank aber immer wieder tauchen neue panzer aus ihr könnt ihr sehen und ich finde es auch interessant oder bemerkenswert dass die tschechen hier ja ziemlich modern ausgerüstet sind also die haben wirklich lkws die truppen laufen nicht alle zu fuß also das ist schon beeindruckende streit macht mit der massiv zu tun kommen das war schön vier verluste gegen ein so was sieht man gern das soll eher nicht so gern denn das ist fast schon alles gewesen für unsere kavallerie und auch der panzer bekommt natürlich jetzt auf dem platz bewegen sie halt noch ihre unterstützungseinheiten in neue positionen und dann sind wir wieder dran runde 4 18. september 14 uhr wir befinden uns immer noch am ersten tag muss man dazu sagen denn eine besonderheit dieses szenarios ist dass die normalen kampfrunden aller zwei stunden stattfinden also 8 uhr 10 uhr 12 uhr und jetzt halt 14 uhr ich weiß nicht wie lange das geht ich nehme an 16 uhr wird es noch eine runde geben danach legt sich dann ja der abend und die nacht über das schlachtfeld und wir beginnen dann wieder am nächsten morgen also die soldaten hier machen auf jeden fall feierabend wenn es zu spät ist das ist halt ihnen ja auch gegönnt sein gut was müssen wir tun wettertechnisch haben was ist klar nächste runde ist klar alles gut ich würde wie immer anfangen mit der mit den flugzeugen bzw der abwehr von feinden gegnern zwei zur verfügung schießen maßen auf dem zwei verluste ja gut vier verluste das klingt schon besser und auch hier drüben werden wir ziele angreifen können 4 angeboten und keinen einzigen treffer erzielt das ist natürlich bitter also so hatte ich mir das nicht gedacht der 8 8 er ist etwas erfolgreicher also setzt die luftabwehr die steht wir haben wirklich jede menge davon wir kriegen trotzdem die feinde nicht runter na endlich das war aber auch zeit so jetzt können unsere flugzeuge zum einsatz kommen wir haben hier ein schlachtflieger der leer geschossen ist das ist natürlich etwas ganz feines jetzt überlege ich natürlich ob ich meine eigentlich so aber zum reparatur geschickte heinkel 51b also das 28 geschwader trotzdem noch mal einsatz hier unten macht das eins zu eins damit kann man gut leben jetzt komplett zu vernichten klappt natürlich nicht ich finde es toll dass man diese einheit als special sozusagen durch die gegend bewegen kann das ist etwas ganz feines na gut sie hat wie ein aufklärer funktioniert jetzt haben wir hier noch eine staffel vernichtet die würde ich jetzt wie machen wir denn das am besten die ziehe ich hier hin die ziehe ich dazwischen und die ziehe ich hier runter dann können die wieder abschießen und dann kann ich sie wieder in die deckung bringen meines jägers und ringsrum steht so viel flack also wenn jetzt der feind wirklich hier angreifen möchte in der nächsten runde dann kann er sich auf etwas gefasst machen so der ist fast leer den sollten wir auftanken lassen so das wäre das ich glaube ansonsten können wir erstmal gegen die flugzeuge des feindes nichts tun das hier oben haben wir jetzt überhaupt nichts erreicht klar ich könnte die flack jetzt hier hoch ziehen dann ist es ein schuss auf diese avia möglich aber ich würde sie viel lieber hier unten gegen die panzer einsetzen also eine 8 8er im bodenkampf ist halt eine macht vielleicht nochmal zur wenn ich den kampfmodus ändere seht ihr es ja 19 angriff gegen bodenziele die vorherschau sagt 8 wahrscheinlich 8 verluste es gab hier auch immer einen knopf dass man die vorherschau detailliert sehen konnte jetzt muss ich mal gucken wie das war mal kurz ins kompendium gehen dann tastaturbefehle aktionen aktionen einheiten details alt klick umbenennen umbenennen könnte man später auch nochmal machen ja das finde ich manchmal gar nicht so schlecht details der letzten schlacht erweiterte schlacht vorhersage steuerung und klick da haben wir es doch und letzte schlacht aha okay da kann man es nochmal sehen wenn man sich nicht damit beschäftigt hat okay wir machen mal jetzt erstmal bei dem nächsten angriff diese erweiterte version und gucken mal wie sich das ganze gestaltet dann muss ich meine truppe noch ein bisschen heranbringen Pferdewagen ne anders halt ich stelle mal direkt neben die flag dass hier irgendwas passiert dann sind wir dort geschützt und jetzt ist halt so viele ziele man weiß gar nicht was man zuerst angreifen soll vielleicht jetzt machen wir steuerung und klick und schauen mal genau links unserer infanterie die 14. rechts die 76. der tschechen und was wird es berücksichtigt die stärke der einheit die initiative die effektive initiative die verteidigung gegen den angriffswert oder angriffsrunde der angriffswert gegen die verteidigung was daraus kommt die verteidigung am boden gegen den angriff weil die schießen ja auch zurück nicht unterdrückte stärke von beiden und dann eine prozentwahrscheinlichkeit was wir zu erwarten haben also wahrscheinlich verfehlen wir beide mit 70 prozent und haben eine chance von 22 prozent einheiten zu vernichten wir werden insgesamt aber wahrscheinlich mehr einheiten vernichten weil wir auch wesentlich stärker sind wir haben ja eine stärkere von 8 und die haben nur 3 deswegen ist die chance dass wir das vernichten höher aber rein von den werten her sind wir nicht unbedingt besser das könnt ihr hier erkennen ja das ist jetzt nicht irgendwelcher Mist diese infanterie die hier angreift das sind schon vernünftige truppen dementsprechend ist auch nicht allzu viel passiert so natürlich möchte ich jetzt hier mal reinen tisch machen jawoll ich werde mir das auch nicht jedes mal angucken diese details ich finde das ab und an interessant wie hier steht auch da was wird wahrscheinlich passieren also die verfehlen mit einer geringeren wahrscheinlichkeit und vernichten mit einer höheren wahrscheinlichkeit und hier oben das fand ich interessant chance auf verbitterte gegenwehr 4% ich habe mich immer gefragt wo kommt das her wie kann man das einsehen das steht dort oben die einzelnen werte wie das ganze entsteht weiß ich zwar immer noch nicht aber da ist sogar die chance noch geringer wahrscheinlich vernichten wir 5 mit 53% wahrscheinlichkeit das probieren wir doch mal aus ja mit den 5 das hat geklappt und selbst mit den 3 im gegenschlag hat auch funktioniert also genau so wie es uns vorher gesagt wurde ich meine aufklärung mal hier einsetzen die hat natürlich nicht funktioniert kommt nicht bis hin und zerstören wir die truppe hier komplett ist immer dasselbe manchmal weiß ich nicht warum diese einheiten einfach weiterfahren ich habe weder auf das feld geklickt noch hatte ich meine hand an der maus keine ahnung das ist mir aber schon ein paar mal passiert und ich weiß aber nicht genau wie das funktioniert vielleicht könnt ihr mir einen tipp geben so wir ersetzen auch diese truppe hier 27 prestige aber das ist es mir wert weil hier unten eine zweite kavallerie zu haben die dann vielleicht irgendwie dem gegner an die flanke fällt gefällt mir gut natürlich wird diese sonder kfz 222 das sechste aufklärungsbataillon jetzt dresche bekommen weil die stehen jetzt im fluss vor einer infanterie das kann böse enden so was haben wir denn hier oben eine artillerie artillerie eine artillerie pioniere war nicht gut noch eine flak flak wir haben einen kleinen panzer hier rein zu fahren wäre natürlich ziemlich dumm klar wir könnten jetzt dieses transportfahrzeug angreifen aber wir stehen dann vor einer pack und wir stehen vor einer pack die artillerie gedeckt ist und selbst wenn wir diese artillerie angreifen ist die durch die andere artillerie gedeckt und wenn wir hier unten dieses aufklärungsfahrzeug angreifen dann sind wir auch nicht besser dran weil dieses aufklärungsfahrzeug ist nicht viel schlechter als wir selbst angriffswert gegen panzer ist dort auch 1 abwehrwert gegen also gegen angriffe nur 5 aber dafür die initiative höher das heißt sie schießen auch noch zuerst und sind stärker als wir also das effektivste scheint meiner meinung nach der angriffe diese infanterie zu sein damit nehmen wir die raus jetzt müssten wir uns besser bewegen können die frage ist nur wohin ich ziehe den panzer mal in die berge auch wenn er dort eigentlich nicht hingehört der grund ist folgender wenn ich den jetzt hier oder hier hinziehe ist die feindliche pack in reichweite wenn ich ihn hier hinziehe kommt die feindliche pack höchstwahrscheinlich nicht ran genau diese feindpack hat nur eine bewegung von 1 schafft es also nicht bis hier an den berg deswegen ziehen wir den ausnahmsweise auf bergisches gelände wo er normalerweise natürlich nicht hingehört das weiß ich auch gut was kann man hier noch schönes tun wir können versuchen unsere truppen hier vorne zu unterstützen ein bisschen feuer zu geben nochmal und dann haben wir hier noch eine schwere artillerie die muss ich ebenfalls drauf schießen jetzt ist es nicht mehr weit her mit der herrlichkeit dieser infanterieeinheit die sind komplett unterdrückt hier seht ihr drüben moment da muss ich es wieder auswählen so hier drüben seht ihr das unterdrückt sieben von sieben also die kann nicht mehr zurückfeuern schöne sache das so unsere flak schützt die artillerieeinheiten so damit da nichts passieren kann die bekommen verstärkung da bin ich immer überlegen aus der stellung raus und dann die ari angreifen aber selbst dafür ist halt so eine ja gruppe gruber mit ihren schlechter bewaffnung schlechte ausrüstung schlecht trainiert kaum in der lage irgendetwas zu weisen weiter runter ziehe ich nicht wie gesagt ich könnte hier angreifen aber die sind gegenseitig gedeckt das bringt wenig stattdessen konzentrieren wir uns jetzt auch ein bisschen angeschlagen ist und wieder bin ich nachgezogen obwohl ich es nicht wollte wir ziehen hier hin den aufklärer ziehe ich raus stattdessen eine vernünftige infanterie rein einer unserer eigenen jägerverbände und dann schauen wir mal ob man vielleicht unter umständen noch nach diesem panzer hier ein bisschen ärgern können ah die panzer die machen mir echt Sorgen die sind halt ziemlich hart auch hier drüben ist es nicht viel besser bin da wirklich am grübeln wie ich das am besten hinbekommen kann ich habe jetzt zwar hier die pack zur verfügung machen wir das erstmal greifen wir den so an das schöne ist immer wenn die ihre truppen so eng stellen dann kann der panzer nicht ausweichen dass es keinen platz mehr gibt und dann wird er einfach zerstört die flak hier runter dann deckt die den kompletten bereich und jetzt greifen wir den panzer an ja auch das war nett ergibt sich tja was will man noch klingt super und jetzt ziehen wir die pack ist auch noch hier rein könnten jetzt angreifen ich lasse das aber denn genauso gut sollen die erstmal gegen uns stürmen und bekommen dann halt Artillerie deckungsfeuer ab das war doch gar nicht so übel hier drüben so was können wir hier machen wir haben den bomber den könnte man jetzt mal einsetzen theoretisch aber leider haben die immer noch ähm einen jäger im einsatz mit drei Schuss munition also wird das wieder nichts ich finde das irgendwie auch bisschen blöd diesen bomber ich ziehe ihn mal hier hin dann ist er zumindest ein bisschen näher dran jetzt versuchen wir mal hier einen weiteren von diesen Panzern auszuschalten das haben wir hier noch Artillerie pack pioniere die hätte ich auch gern weg wir verstärken unsere truppen erneut die lassen wir hier stehen tja wie am besten machen wir haben ja noch vier schuss munition ich schieße mal auf den das feuer unterdrückt jetzt feuer noch mal raus noch weiter unterdrückt es kann auch schon nur noch neun stärkepunkte und sechs stärkepunkte sind unterdrückt also er kann auch noch mit der kampfkraft von drei zurückschießen und jetzt probieren wir das ganze was wir vorhin schon mal machen wollten und schauen uns wieder die ganze geschichte im detail an wir seht ihr selbst wir haben eine doppelsöre initiative ähm deren initiative ist gesunken durch den effekt massenangriff wir haben einen viel stärkeren angriff als die verteidigung haben und ähm höhere stärke und deswegen werden wir mit 81 prozent wahrscheinlichkeit acht einheiten zerstören das klingt für mich super und tschüss das waren sogar alle neun das war's für den panzer sehr schön hier greife ich an ja ich weiß dass die vorhersage jetzt nicht so goldig war fand ich jetzt aber in dem moment nicht schlimm denn wir haben ja noch einen plan b angriff mit der artillerie angriff mit unserem schiffchen flackdeckung ist alles ok und dann mal angriff mit unserer infanterie hm gut hätte ein bisschen besser laufen können aber ist ok bleibt stehen ja bleibt stehen bewegen wir jetzt einfach nur in position was war das hier eine ari das war eine pack naja pack wird wahrscheinlich diesen panzer angreifen das ist da nicht ganz so genial aber mein gott was was soll's so haben wir noch irgendwas zu tun ich glaube ähm nicht mehr ganz so viel so wir verteilen das prestig eher sparsam hier drüben gibt es einen fetten bunker den wird man gerne angreifen aber die möglichkeit äh die dazu besteht ja aber ihr seht ja selber was das für schaden machen würde deswegen würde ich ja lieber mal ganz vorsichtig spionieren gehen aha und da taucht aus dem äh nebel des krieges noch eine weitere starke eine des gegners auf und zwar eine festungsanlage sechste festung ein bisschen ideenlos benannt da muss es ja noch fünf andere geben irgendwo mal sehen ob wir die auch noch erwischen ähm verteidigungswerte sind zwölf das ist richtig heftig das ding hat drei felder reichweite vier felder sichtweite und starke starke angriffswerte also die kann jetzt schon auf unsere kavallerie feuern das ist nicht so gut wir müssten wahrscheinlich versuchen trotzdem diesen bunker hier weg zu bekommen damit wir von hier hinten an die stadt gürlitz herankommen oder aber den wie sind diese festung direkt angehen aber ich weiß auch nicht was lauer dahinter was ist hier bei reichenberg noch konzentriert an truppen was kommt eventuell unten von prag keine ahnung gut wir lassen mal die truppen hier stehen wir haben trotzdem mal der dinge die da kommen werden und bleiben vorsichtig optimistisch ich glaube wir haben auch so ziemlich alles getan ich klicke mich mal wie üblich durch die truppenverbände ich sehe gerade hier ist noch eine kavallerie die könnte man noch in ordnung bringen das machen wir auch ähm könnten auch hatten wir ja vorhin schon mal gesagt den angriff den wagen wir nicht ähm sonst ist alles denke ich mal so weit in ordnung die brückenpignere ziehe ich auch nicht weg nö ich denke mal das soll es gewesen sein für diesen zug für diese runde ich bin gespannt wie es euch gefällt schreibt mir kommentare erzählt mir was ihr von dieser modifikation haltet und vielleicht unterhalten wir uns auch einfach ein bisschen über sachsen dresden die gegend an der elbe oder gern auch tschechien denn das ist genauso hübsch also dann bis zum nächsten video macht's gut vielen dank fürs zusehen und dann bis zum nächsten video schreibt mir schreibt mir Vielen Dank.